hallo leute und willkommen hier bei mir paket und bei teil 3 des xxl baus von snake mountain 3800 und ich glaube zwei teile sollen das insgesamt sein wir sind schon ziemlich weit gekommen hier könnt ihr das ich muss zurück gehen hier könnt ihr das ergebnis sehen der ersten beiden teile sieht ziemlich imposant aus und der letzte teil hat mit etwas frust geendet bei mir weil ich mich verbaut hatte und diese sektion musste mit dieser sektion hier verbunden werden das habe ich jetzt korrigiert und dann sieht man hier die verbindungspunkte einmal hier unten einer sollte hier oben sein das sollte hier rüber gebaut werden ich weiß nicht was ich da wieder gemacht habe und ein falsches teil verwendet auf jeden fall hat das hier nicht funktioniert egal dann ist der nächste verbindungspunkt diese platte hier und auf der rückseite sehen wir noch mal den verbindungspunkt und so sieht dann unsere snake mountain anlage aktuell aus ich habe hier aus der anleitung 1 auch noch was zu ende gebaut eben und zwar ja diese tentakel grube die sieht doch nett aus ihr seht mit klauen und hier diesem schleim irgendwie der das da sein soll in diesem orange quatsch orange neon gelb und dann hier diese gummi tentakel die da rauskommen und das kommt dann natürlich hier unten einmal rein ich würde mal sagen das mache ich flott moment 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 denn das hier ist ja passt denn das ist ja das problemchen wenn man jetzt hier oben durch das tor durch möchte also wir stellen uns das mal vor man kommt hier an typ 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 will hier durch das tor durch das natürlich auch zu öffnen ist also tor öffnet sich man möchte durchgehen soll aber nicht durchgehen und jemand macht diesen hier falltür öffnet sich hier und dann geht es ja runter in die grube und dann sieht es gar nicht mehr so angenehm aus also so viel zu den dingen ihr seht auch die schlange die ist richtig cool geworden und der hier fällt immer gerne ab das ist ein kleiner nervzahn der hält da nicht so gut drin aber ansonsten hält das teil dir schon echt gut zusammen und der jahre es macht spaß zu bauen ich verlinke euch das set natürlich wie immer hier unten in der video beschreibung aber wir bauen heute weiter mit anleitung nummer zwei ja die habe ich hier hinten liegen lasst mich mal das zur seite packen so das sind die übrig gebliebenen teile dann hier unsere drei minifiguren und anleitung nummer zwei kommt auf den tisch und was wir dann natürlich auch noch brauchen das ist die he man anleitung wir brauchen die he man box das ist die hier und damit geht es jetzt weiter wir haben jetzt aktuell fertig gebaut den linken teil und jetzt kommt noch der rechte teil also genug der einleitung die fangen wir an los geht's rechts wird angebaut an snake mountain eine heiße nummer ist das lava haben wir gebaut ja ein richtiger lava schwall und das muss ich hier mal erwähnen das sind echt coole steine mit dabei schaut euch mal hier diese marmorierung an mit rot und gelb orange allerdings auch sehr sehr unterschiedlich manche wie hier an der seite so milchig dann andere kann man hier schon sehen fast transparent dann wieder milchig mal rot mal etwas mehr orange mal richtig dunkel wie hier so dunkles rot mit schwarz mit dabei sehr sehr abwechslungsreich und das wird eben hier oder wird ist wird wird ist und wird schon also wird schon werden gut verhaspelt ich sag mal so gleich kommt noch ein bisschen mehr lava dabei also ist schon ein lava strom und wird noch der fertige lava fall oder wasserfall lava wasserfall werden ich verlaue mich hier total so auf jeden fall das ding haben wir hier schon gebaut schön hoch natürlich von innen sieht es dann so aus ich halte das mal ein bisschen her ins licht dann könnt ihr mal sehen wie die farben hier so ausschauen ha sieht schon echt ganz nett aus gefällt mir auf jeden fall also so viel haben wir gebaut bei tüte 1 bis 4 und wir haben minifiguren die schauen wir uns natürlich noch mal im detail jetzt hier an wir starten mit mit ja mit ihm ihr mit ihm ihr kommt ran so das ist also quasi das pendor zu soa ich habe den namen schon wieder vergessen im ersten video habe ich ihn erwähnt ich schaue jetzt nicht nach ihr seht es ist ein adler wahrscheinlich wobei von der färbung her könnte es von hinten schon fast eine kleine taube sein ist aber nicht ist also hier wahrscheinlich der adler des bösen ich habe den namen vergessen schaut selber nach so dann hätten wir als nächstes unseren thunderpunch he man ja und ja vom gesicht her ihr seht er hat diese lochaugen dann hier diese rote rüstung und das etwas merkwürdig aussehende schild und von hinten ja da kann man auch nichts befestigen auch irgendwie dicke dicke rüstung besonders ist hier natürlich noch das schwert ihr seht es das zauber schwert in transparent neon gelb und was hier ein bisschen schade ist bei dem schwert also die form ist super sieht klasse aus allerdings tut er sich hier ein bisschen schwer ist zu halten denn es fällt ihm relativ leicht hier kann man das vielleicht sehen aus der hand raus dass das normale in grau hält er einfach etwas besser aber insgesamt eine nette figur und das gute ist wenn das schwert immer raus fällt kann man es ja auch da aufbewahren ist das dafür gedacht i don't know funktioniert auf jeden fall so dann mal eine lady evelyn und schaut euch mal das gesicht an finde ich echt ihr müsst ja dran denken wie klein das ist hier ist mein finger also wirklich wirklich sehr sehr klein da ist das gesicht auch mit der bemalung mal richtig gut gelungen ja also wenige patzer hier auf der brust da sieht es ein klein wenig unsauberer aus aber alles völlig im rahmen sie hat ihren zauberstab mit dabei und hat natürlich die gelbe hautfarbe so wie man das kennt finde auch eine gelungene wenn auch nicht super aufregende figur ja und dann hier mein heimliches highlight ich zoome erst mit euch raus webstore den wollte ich als kind immer haben dieses spinnen monstrum mit den ganzen armen ich habe ihn leider nie bekommen und der ist schon cool so wir werfen mal einen blick hier auf das gesicht auch da sieht ziemlich sauber aus ja sieht gut aus dann hat er auch hier so eine gummi rüstung und ja eben blau blau unten die skeletor füße dann hat er noch so ein laser blaster mit dabei und natürlich hier die ganzen arme das ist so ein fetter rucksack hinten drauf ich weiß gar nicht ob man ihn abnehmen kann ja fühlt sich schon irgendwie so an aber ich lasse das mal lieber dran und die ganzen arme die kann man entsprechend auch einstellen ach komm ich schaue mal ob es abgeht komm 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 ja da der gleiche haltungspenis dran wie beim drachen allerdings ohne drache sieht fast aus wie so ein facehugger wenn man es jetzt so nimmt alien facehugger war okay also wir haben die arme die hier noch beweglich sind und hier ist noch der enter haken mit seil und das kann man wirklich dann auch hier nicht weg schießen aber raus ziehen aber da ich jetzt kein bock habe hier großartig irgendwas wieder aufzuwickeln lasse ich das mal dran stecke ihm seine arme wieder dran und sage der ist echt cool webster coole figur ja und das wäre dann schon mal so unser aktueller fortschritt weiter geht es wie gesagt mit tüte 5 das ist ja noch etwas mehr lava für unseren lavafall und dann direkt weiter mit tüte 6 übrigens ihr wisst ja wir sind bei der he-man box angekommen und da ist jetzt überall auch he-man aufgedruckt dann geht es weiter ich sehe hier schon einen alten bekannten also bitteschön in der he-man box war übrigens ein zweiter teile trainer drin und das ist auch gut so denn der erste stellt scharf kamera der hat schon etwas gelitten wir sehen könnt jetzt kann ich hier den zweiten benutzen aber das nur ganz am rande so die sektion lava ist fertig ihr seht ich habe hier noch ein bisschen was drüber gebaut hier diese kleinen elemente die diesen lava fluss noch mal etwas deutlicher zeigen sollen ich halte das mal gegen das licht ja da kann man etwas den effekt vielleicht sehen also das wäre soweit fertig gebaut so sieht es von der seite aus so von vorne wir haben unsere altbekannten klauen und zähne hier oben hin gebaut noch mal so eine fratze hier ein bisschen tentakel kram ja bekannte stilmittel mittlerweile hier aber ganz ehrlich ja den effekt deswegen immer noch nicht vermissen lassen sieht cool aus schön irgendwie organisch durcheinander so ein bisschen wie so mutiert oder sowas so mal die rückseite noch kurz betrachten da ist nicht viel los man kann die lava von hinten sehen hier haben ein kleines plateau vielleicht kommt da später noch irgendwas hin keine ahnung auf jeden fall das wäre dann soweit fertig und weiter geht es mit tütengruppe 7 und 8 auf seite 28 der anleitung also der anleitung nummer zwei so 7 und 8 mal schauen hier haben wir die 8 und hier ist die 7 eine kleine 7 ok also mit den beiden ups jetzt habe ich hier fast mein leuchter umgerissen so mit den beiden geht es weiter und damit starten wir auch hier kann man das sehen in eine neue sektion die dann hier angebaut wird auf der rechten seite ich bin mal gespannt soviel zum thema nachhaltigkeit naja egal wir schauen noch mal auf die guten seiten des plastik denn das hier bleibt und das hier naja also schaut euch an soweit bin ich gekommen und wir haben ein play feature gebaut das hier wird nämlich ein teil des gesichts werden das man auf der rechten seite sieht von snake mountain und man kann ja man kann den mund bisschen bewegen was das nachher genau soll ob das eine tiefere bedeutung hat oder einfach nur gemacht wurde damit es was zu sehen gibt das müssen wir noch ein bisschen abwarten hier seht ihr wie das funktioniert ganz leichter hebelmechanismus von innen sieht es ziemlich langweilig aus wir haben hier nur ein paar klauen oder zähne oder krallen oder was auch immer das sein soll hier oben eine kleine platte ich glaube da kommt der thron drauf aber ich bin mir noch nicht ganz sicher und von vorne naja sieht es eben so aus das übliche ihr kennt das schon klauen tentakel zähne hier haben wir eine schöne treppe noch die hier hoch führt ja also gefällt mir man sieht auch hier sind noch einige haken also da wird auch noch das ein oder andere dran kommen und apropos dran kommen ich schieb mal hier dran was später auch hier so dazu gehört da hätten wir dann schon so ein teil sieht ganz cool aus was mir hier noch aufgefallen ist bei mir ich werde hier dieses lava teil natürlich hier hier kommt das dann so etwa an die seite ran und dadurch dass ich eine passiv beleuchtung hinten habe glüht das hier so schön das gefällt mir also dann brauche ich hier schon mal keine led beleuchtung hier habe ich ja so ein bisschen led beleuchtung zumindest aber hier reicht vielleicht sogar so dann mal aus ja also eins wollte ich euch noch zeigen mal kurz zu den fakten ich fange jetzt gleich mit der tüte 12 an bauabschnitt 115 schiebt das aber mal flott zur seite um euch was zu zeigen das hier ist die grabbel kiste des grauens und da haben ein paar richtig coole dinger drin zum beispiel den hier ja sieht fast aus wie es der skelett habe vorher sich morgens angezogen hat nach dem duschen also richtig schöner toten kopf in grün und gelb optik der gefällt mir ausgesprochen gut dann der widder kopf ja kennen wir ja vom vom stab von also ich kann es euch ja zeigen hier der der widder kopf vom stab von skelett auch den habe ich schon gebaut cooles teil übrigens und den gibt es nicht nur in lila sondern ja auch hier in weiß also ein paar coole sachen die ich hier drin so gesehen habe ich habe sonst noch was das war es so im proben also machen wir weiter tüte nummer zwölf die habe ich hier schon mal raus gekramt ja und das hier ist dann noch der ganze rest vom schützenfest aus der he-man box also tüte nummer zwölf weiter geht's auch ein profil sagt viel ja da ist einiges gebaut worden im letzten schritt ihr seht wir haben das gesicht gebaut das fällt natürlich hier als erstes richtig ins auge und apropos auge coole bedruckte fliesen haben wir hier mit denen dann die augen gebaut werden und auch hier diese augenbrauen mit den gelenkteilen richtig cool haben einen sehr tollen effekt dann hier der schnabel ja der hier runter schaut wir haben zähne drin hier sind zähne dran da unten zähne dran und jetzt ist natürlich hier auch der effekt ganz schön gegeben ja wie sich jetzt hier ja das maul der schnabel würde ich sagen wie sich der schnabel hier bewegt von diesem dämon irgendwas natürlich hat er hier oben noch mal ein bisschen tentakel kram der ihm da oben raus wächst wir haben wieder ein paar zähne und klauen gebaut ich sag mal die üblichen geschichten die wir hier schon kennen die baue ich mittlerweile schon blind auch hier so an der seite entlang hier noch ganz interessant befestigt an so einer an so einer drehplatte also wenn das hier nicht irgendwie an der kante wer könnte man das komplett 360 grad drehen hier an der seite diese teile weiter unten sehen wir auch wieder tentakeln und dann hier nochmal die befestigung für ja das wird nachher die hängebrücke die an der lava vorbeigeht die wird hier unter anderem mit befestigt werden und auch hier haben wir überall jetzt unsere klauen mit dran ihr seht hier 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 noch ganz viel ach das sieht auch so artrig aus ich finde das ist richtig geil eklig hier das zeug so richtig artrig eklig ja also so schaut es auf jeden fall aus ich muss immer etwas aufpassen wo ich hier hin lange zum zum drehen von der rückseite sehen wir hier nochmal den oberen teil und ja endlich für den für den vogel das zum drauf sitzen glaube ich auf jeden fall und ja hier kommt definitiv später der thron hin und hier ist noch eine kleine halterung soll ihr seht ich habe hier unten noch zwei steinchen liegen das heißt hier wird noch was verbunden und zwar die beiden teile also das und das lava teil die feiern hier jetzt hochzeit in der anleitung und zwar bei bauabschnitt 179 und wir sehen wieder den gleichen verbindungsmechanismus wie vorhin auch schon also hier die rückseite von dem genau von dem hier eigentlich ne vorderseite und rückseite und die kommen jetzt hier zusammen ich hoffe das geht leichter beim letzten teil war das eine ziemliche auch ja auch ja das passt ja sofort ich wollte gerade sagen war das eine ziemliche fummelei aber hier geht das ja super super einfach so jetzt müssen wir noch mal kurz schauen wo kommt denn hier die verbindungen naja ich sehe schon ich dachte schon kurz hier hätte ich einen baufehler ist aber keiner denn es kommt hier so ein steinchen drüber ordentlich fest und dann hätten wir noch so einen und der kommt hier oben da oder auch gar nicht so einfach da so zwischen diese ganzen krallen ach das ist aber auch hier verbaut der einen klau hier kriege ich das gar nicht richtig dazwischen schwierig 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 aber das kriegen wir hin so reinschieben drücken zack sehr schön die klauen noch ein bisschen festmachen und damit wären die beiden punkte oder die beiden teile fest verbunden sehr schön so dass ja wenn man so im ganzen sieht macht das schon einiges her gefällt mir echt gut komme ich stelle es mal rüber zum restlichen snake mountain teil nach dann muss ich hier wieder etwas rum räumen hier stehen die ganzen figuren noch im weg alles mal schnell zur seite handy weg und das sieht doch schon mal richtig cool aus es fehlt allerdings noch was aber den rest den bauen wir leider nicht mehr heute nein das kommt dann im letzten und finalen teil des großen xxl snake mountain baus da fehlt eben noch hier was die brücke fehlt innen drin fehlt noch etwas aber das schauen wir uns dann im letzten teil alles ganz detailliert an ihr findet alle links zum set und auch zu den einzelnen videos und zu der playlist klemmbausteine hier unter diesem video verlinkt und ich würde mich sehr freuen wenn wir uns wiedersehen beim nächsten mal hier bei me apple cat macht's gut